Marc, kann ich ein Ründchen Kfx fahren? Ob ich ein Ründchen Kfx fahren kann? Vielleicht willst du ja gleich auch mal Kfx fahren. Willst du ihn auch gleich noch mal fahren? Warte, kann ich meine Tasche hier bei dir lassen? Ja. Das wäre nett, danke. Das ist nicht voll, ne? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Aber ich bin sicher. Und ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020